Vorbereitungen laufen. Ja, richtig super. Da wird es sich aber freuen, das Geburtstagskind. Bestimmt. Denn ein Jahr ist vergangen und wer hat wieder Geburtstag? Ihr habt es schon, es ist der Good Cop. Mein Papa. Wer bist du? Das ist die Lea. Hallo Lea. Hallo. Lea und Lea, das passt doch. Alle Jahre wieder, mein Lieber. Das ist das Christenkind. Ja, hier. Ich habe es mitgebracht, ich habe mir ein symbolisches Geschenk. Der Bad Cop und der Käpt'n, wir bringen dir nachher noch Gutscheine. Wo parkst du denn? Vor der Tür. So habe ich es geparkt. Ja. Und das ist auch nach wie vor der Zustand der Republik hier. Ja gut, wir können die aber nachher noch... Pimpen. Pissen. Du stehst hier nur aus Wolle. Das Schaf, da ist es. Das sieht doch schon ganz, ganz vielversprechend aus. Also, auf dich, Gottes reichen Segen in jeder Hinsicht, mein Lieber. Meine Waffenrechte, meine? Ja. Echt jetzt? Okay. So, aber wir reparieren hier Dinge. So was hast du da, ist klar. Gute. 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 Der zweite Gast kommt. Ja, Gute. Wolltest du Soschini noch? Dann gehen wir drüber nicht an, dann müsst ihr wieder mitmachen. Soschini, ich nehme die sonst. Und die, du schaust. Du schaust. Ja, du schaust. Gute. 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 Gute, Sirbe. Ja. Soschini, Du hättest sie genommen. Ich bin auch. Ich danke dir vielmals. Ich habe hier die schaustbaren Landdrucks geholt, die habt ihr alle getroffen. Eine Tsoschini. Wir versuchen hier zu improvisieren. Wir haben hier eine, na gut, eine 2 Zentimeter. So Männer. Auf dich. Ja, auf dich. Cheers. Cheers. Cheers, mein Lieber. Chrissy, unser Engel. Hello. Na, es ist schön, dich mal wieder zu sehen. Alles gut, Maria. Danke. Hallo. Ich dachte, du möchtest Zahnschmerzen. Ja, richtig so. Das geht ja so, dass. So, zum Wohl, die Herren, Damen. Zum Wohl, zum Wohl. Damen und Herren, muss man sagen. Aber ich bin ja emanzipiert, ich nenne auch gern die Herren zuerst. Ah, ja, da hast du ja recht. Innen, innen, musst du sagen. Ja, innen, ja, nee, gegendert wird hier nicht. Nee. Gegendert wird nicht. Oh, ja, sind wir gepacken? Ja. Ich halte es nur, damit ich mir hier anstoßen kann. Na, was stößt du mit an? Na, klar. Auf das Geburtstagskind. Komm, heute zum Geburtstag. Danke, bitte. Danke, bitte. Danke. 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 Das kann doch nicht wahr sein. Alter. Ha, ha. 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 Ich wohne hier nur. Ha. 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 Guck, wie schön das hier geworden ist. Für den Ernst. Oh. Oh. Du hast da was, die. Ja. Ja. Das ist frisch. Ja. Ich bin ein Butter-Sriis. Alles gebrotter. Alles gebrotter. Okay. Dankeschön. Oh. Kann man die mitessen? Die kann man mitessen. Achso, nee, die sind gifzig. Ja. Ja. Das ist die Hallerine. Oh, du hast da noch Farbe Af hometown da draußen gehört, so eine Tischregale. Das ist ganz, ganz harmlos. Wir wollen einen vorzeitigen Tod dokumentieren. Was brauchst du hier? Ja, zopf dir eins. Die Bräder sind drin, Zapplanlage auf der rechten Seite. Eine Blume. Zapplanlage auf der rechten Seite. Das ist von der Blue Man Group. Warum heißt die Blue Man Group? Oh, der Surfer ist zurück. Lass es mal anbügelen. Wir wollen es sehen. Wir wollen es sehen. Ich habe immer noch. Ich kann es mal auf den Tisch stellen. Es geht voll ab. Ich bin überfordert. Warum hast du das? Ich bin jetzt Angst hier. Soll ich jetzt mal mehr Teller holen? Pommes geht immer. Pommes geht immer. Ich hatte am Anfang so ein bisschen zu viel Effet. Und dann ist da ein bisschen was rausgefallen. Klassik, das ist im Griff mit den Pommes, weil die so vor sich hin dampft. Das habe ich jetzt gerade abgegeben. Er sagt, du bist verantwortlich. Ja, dann komme ich. Ich habe gerade das Grillfleisch. Die Carola kümmert sich gerade ums Grillfleisch. Ich habe das den Bräder zugelegen. Ja. Ja, es war voll schuldig. Da machst du gleich ein Pflaster drauf. Ja, ich musste ins Krankenhaus. Es musste genäht werden. Das war nämlich echt eine klaffende. Eine klaffende. 50 Stiche. Der Schwede. Die arme Tür. Die Pfanz der Steine. Ja, es ist ein guter. Die Pfanz der Steine. Hat man das auf die Regale geklassen? Nein, die Leute. Das ist ab jetzt durch. Das ist durch. Das kriegst du nicht. Ich war ja schon klar. Es ist nur ein Schein. Muss sich dann auch jedes Mal noch was. Er wird gelassen. Also jetzt lange zwei Stunden. Ich glaube, der möchte jetzt machen. Das ist jetzt fieses Jahr scheiße, wir müssen uns da brennen und brauchen ein Erlebnis. Dann lassen wir es lieber. Er hat es gar nicht draufgestellt. Ich habe ihn schon gefragt, er weiß gar nicht, warum das Ding da überhaupt drauf steht. Ich habe Sascha gefragt, was Fritz ist, er sagt echt was. Hast du die Landezone markiert? Und das war der Start der nächsten Jahr in der life of an extraordinary Exemplary Officer, Known as the Good Cop. Stay tuned for more adventures in the lives of the usual suspects. Goodbye and God bless. Die Landezone markiert. 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 Die Landezone markiert.